Ich habe mir irgendwie in den Kopf gesetzt, ich muss erst mal Kurt kanten. Kurt. 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 Und dachte dann, okay, ich gehe auf ihn zu. Ich gehe jetzt auf Angriff bei dir. Wollte den alten Trick machen, du hast da was und er kommt runter. So eine schlechte Nummer. Du hast da was. Eine Krawatte. Oder fahr bei mir aus, alles klar, weg hier, schnell weg hier.